Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wir leben nicht nur in spannenden Zeiten, sondern in einer extrem angespannten Zeit. Die einen sind verängstigt aufgrund der Corona-Situation, andere lachen darüber, wiederum andere sind inzwischen aggressiv. Wieso? Weil man uns nicht die Wahrheit sagt. Michael Morris hat in sehr kurzer Zeit in seinem neuen Buch Lockdown alles Wichtige zur Corona-Pandemie und die aktuellen Umstände, Widersprüche sowie die Pläne der Verursacher zusammengetragen. Mit ihm unterhalte ich mich heute über sein Buch sowie die Situation in den USA, wo es derzeit heftig zugeht. Wie auch beim Interview mit Hannes Berger haben wir seine Stimme abgeändert, um seine Identität zu schützen. Auch aufgrund der Brisanz des Buches. Wir erleben ja im Moment, welche Repressalien diejenigen ereilen, die sich kritisch zur Berichterstattung der Mainstream-Medien äußern, beziehungsweise Kritik am Vorgehen der meisten Regierungen üben. Michael, du hast ja, nachdem du mehrere Bestseller geschrieben hast, eigentlich nicht mehr schreiben wollen. Mein letztes Buch war Fake News. Das war 2017. Und ja, was ist passiert? Was hatte ich umgestimmt? Als ich im Januar diesen Jahres gesehen hatte, was die Chinesen mit diesem Virus, mit dieser vermeintlichen Epidemie in China machen und die Reaktionen der westlichen Medien gesehen habe und der westlichen Politiker, war mir relativ schnell klar, dass auf dem gesamten Westen, auf unser aller Leben, große Auswirkungen haben wird. Und als ich begonnen habe zu recherchieren, was das ganze Virus und die Entstehung des Virus betrifft, war für mich schnell klar, dass das eine große Sache wird und dass ich meine Informationen gerne mit anderen Menschen wieder teilen wollte. Das war der Punkt, wo ich dich dann angerufen hatte im März und gefragt habe, ob du ein neues Buch von mir verlegen würdest. Und nachdem du etwas überrascht warst, im ersten Moment, aber dann doch sofort ja gesagt hast, habe ich mich hingesetzt und recherchiert und wieder geschrieben. Das heißt, es klingt ja schon heraus, gut, ich kenne ja das Buch natürlich, aber es klingt jetzt schon heraus, dass du nicht an die offizielle Variante glaubst, dass das jetzt ein reiner Zufall ist, dass irgendwo ja über eine Fledermaus oder sonst irgendwo hin ein Virus übertragen worden ist, sondern dass hier ein Plan dahinter steckt. Der Ursprung dieses Virus ist ja relativ klar und eindeutig. Also es ist nach wie vor für mich faszinierend, dass es in den Medien immer wieder Momente gibt, wo darüber spekuliert wird, dass das natürlich entstanden sein könnte. Was ja ganz klar belegt ist, dass es das nicht ist. Ich habe das in meinem Buch auch im Detail ausgeführt. Die Wissenschaftler in dem Labor in Wuhan, in diesem Hochsicherheitslabor, das darauf spezialisiert ist, Biowaffen herzustellen, haben dieses Virus hergestellt, indem sie Viren von Fledermäusen entnommen haben und sie gentechnisch so verändert haben, dass sie danach direkt auf Menschen überspringen können. Also man muss erklären, im Normalfall bräuchte ein Virus, das von einer Fledermaus kommt, einen Zwischenwirt wie ein Hund, einen Wolf oder was auch immer, indem es mutiert, bevor es in der Lage ist, auf den Menschen überzugehen. Dieses Virus wurde in dem Labor in Wuhan so genetisch manipuliert mit menschlicher Genetik, menschlicher DNA, dass es direkt auf Menschen überspringen kann. Das ist alles ganz klar und belegt. Es gibt genügend Schriften von diesen Forschern selbst, die das alles zugegeben haben. Und dann ist die einzige entscheidende Frage, ist dieses Virus absichtlich freigesetzt worden oder ist es durch Missachtung der Regeln, der Sicherheitsregeln in diesem Labor freigekommen. Das ist eine Frage, die wir vielleicht nie klären werden. Es gibt aber eine Menge Hinweise, die darauf hindeuten, dass es kein Zufall war, dass dieses Virus im November 2019 freikam. Aber das Entscheidende für mich bei all dem war nicht das, was die Chinesen gemacht haben oder das Virus an sich, sondern das Entscheidende war, wie der Westen darauf reagiert hat, wie die WHO darauf reagiert hat und wie die einzelnen Staaten darauf reagiert haben und welche Maßnahmen sie gesetzt haben. Genau, da wird es wirklich spannend, weil, und das ist, was du im Buch ja klar beschrieben hast, auch eigentlich in den ersten beiden Büchern, was sie nicht wissen sollen, dass eigentlich unser Finanzsystem ein Verfallsdatum hat und dass man immer einen Krieg oder Kriege herumgestrickt hat, um nachher einen Schuldigen zu haben und sagen zu können, der ist daran schuld. Im Endeffekt kommst du zu einer ähnlichen Erkenntnis, was diese ganze Corona-Geschichte angeht. Ja, es war bereits im Jahr 2019 klar, dass vieles schon nicht mehr lange funktionieren kann, was wir für die Normalität halten. Wir hatten eine Schuldenblase aufgebaut, die so groß war, dass sie platzen musste. Wir hatten dermaßen große Spannungen in vielen Bereichen, im wirtschaftlichen Bereich, im Handelsbereich. Es gab im Grunde einen Währungskrieg, es gab einen Krieg, einen politischen Krieg, es gab monetäre Kriege, es gab den Ölkrieg zwischen Saudi-Arabien und den USA. Es gab so viele Spannungsfelder, dass klar war, dass wir das auf Dauer so nicht mehr weiterspielen können und es muss irgendetwas wird passieren und das Ganze wird sich in Luft auflösen und zerplatzen. Und als dann die Chinesen mit dem Virus ankamen, hat es bei mir in dem Moment Klick gemacht, weil mir klar war, das ist genial. Also die größte Angst der Banken war ja, das Wirtschaftssystem neu aufzustellen, weil klar ist immer dann, wenn ich ein System herunterfahre oder gegen die Wand fahre und neu aufbaue, gibt es sehr viele Verlierer dabei. Es gibt einige weniger Gewinner, aber eine Menge Verlierer. Und den Banken steckte noch immer das Erlebnis von 2011 in den Knochen, als Millionen Menschen unter dem Namen Occupy Wall Street gegen die Banken marschiert sind und den Bankern an den Kragen wollten. Das wurde damals von der Polizei mit roher Gewalt niedergeschlagen und die Menschen wurden dann geschickt in andere Richtungen gelenkt. Aber das steckte den Bankern noch in den Knochen. Das heißt, es gab in vielen Bereichen der Wirtschaft, in dem monetären System eine Situation, wo man wusste, das kann so nicht mehr lange weitergehen. Aber keiner wollte die Verantwortung dafür übernehmen. Kein Politiker, kein Banker, kein Manager wollte daran schuld sein, wenn dieses System kollabiert. Und dann gab es plötzlich dieses Virus. Und da in dem Moment war allen Beteiligten klar, das ist perfekt, das ist genial. Wir können alles gegen die Wand fahren und neu aufstellen. Und keiner von uns wird daran schuld sein, weil es war ein Virus. Man konnte also einem Virus, das nicht im Ansatz die Gefährlichkeit hatte, die man daraus gemacht hatte, man konnte ein Virus zu einem Schuldigen aufbauen und im Zuge einer künstlich geschaffenen Krise alles umsetzen, was man seit langem umsetzen wollte. So sehe ich es auch. Du hast gerade Occupy Wall Street genannt. Plötzlich war ja Schluss. Was war damals passiert? Die Leute sind auf die Straße gegangen, es gab Videoreportagen, es gab Blogger, die aktiv geworden sind. Die Leute haben darüber nachgedacht, wie ist das mit dem Zinssystem und mit diesem Verfallsdatum des Wirtschaftssystems. Plötzlich waren die Leute wieder weg von der Straße. Was ist damals passiert? Das Erste, was passiert war, war, dass die Polizei massiv ab einem bestimmten Punkt gegen die Demonstranten vorgegangen ist und die kleinen Zeltstädte, die sie errichtet hatten, geräumt haben und die Menschen verscheucht und eingeschüchtert haben. Aber nachdem es da ein Momentum gab, also eine Situation, wo Millionen Menschen eine Wut hatten, die sie in eine bestimmte Richtung kanalisiert haben, lag es auf der Hand, dass man dieses Momentum nutzt und diese Menschen, die sich bereits organisiert hatten, in eine andere Richtung umlenkt. Und das war dann die vermeintliche neue Umweltschutzbewegung, die sich CO2 als den neuen Feind auserkoren hatte, was wissenschaftlich kompletter Unsinn ist. Also diese ganze CO2-Nummer ist so absurd und dämlich, dass es für mich nach wie vor unfasslich ist, dass so viele Menschen diesen Blödsinn geglaubt haben. Aber damals wurde diese ganze Occupy Wall Street Bewegung mit einigen wenigen globalen NGOs, die diese Sachen organisieren, die die Menschen auf die Straße bringen, einfach in eine andere Richtung umgelenkt und das sehr geschickt und gezielt. Und aus Occupy Wall Street wurde Fridays for Future. Und die Nummer hat eine Zeit lang recht gut funktioniert. Also man hat den Menschen einen nicht sichtbaren, nicht beweisbaren Feind aufgebaut, auf den viele angesprungen sind. Aber letzten Endes war es doch so, dass diese Fridays for Future-Geschichte nur, ich sage mal, ein paar zehntausend junge Menschen auf der Welt wirklich auf die Straße gebracht hat. Es war nicht ausreichend, um eine wirkliche globale Veränderung herbeizuführen, ein echtes Movement, das Regierungen stürzen kann, Organisationen stürzen kann, was immer der Sinn dahinter war, von denen, die es finanziert und organisiert haben. Aber der Weg war bereitet mit einem unsichtbaren Feind für das Virus. Ein neuer unsichtbarer Feind, der aber eine ganz andere Dimension hatte als CO2 und den man wirklich zu einer, über einen medialen Hype zu einer weltweiten Gefahr aufbauen konnte, in der Millionen Menschen überall sterben werden und ganze Landstriche werden irgendwie ausgerottet und ganze Völker werden dahin gerafft von einem Erkältungsvirus. Das hat offenbar ziemlich gut funktioniert. Wir wussten, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre 30, 40 Prozent der Menschen ihren Job, ihren Arbeitsplatz verlieren werden, aufgrund der Technisierung, Robotisierung, intelligenter Computerprogramme, künstlicher Intelligenz. Und natürlich war es schwierig für Politiker, das Wahlkampf geschickt zu vermarkten. Also wie kann ich meiner Bevölkerung sagen, Leute, wir machen 30 bis 40 Prozent von euch arbeitslos, aber ihr bekommt genug, um zu überleben. Das Problem war ja, dass die große Frage ja für alle Beteiligten war, wer soll das finanzieren? Also die Bevölkerung an sich kann es ja nicht mehr finanzieren, wenn die meisten nicht mehr arbeiten, leisten sie keine Abgaben an den Staat und können sich ja selbst nicht finanzieren. Und die Frage ist, warum sollten die wenigen Reichen, die dann noch viel Steuern zahlen, alle anderen mitfinanzieren wollen? Also das ist auf der einen Seite eine soziale oder auch eine philosophische Frage, aber eben auch eine praktische Frage. Woher soll das Geld kommen und wer soll Interesse daran haben, diese Menschen am Leben zu erhalten? Und was jetzt eben passiert ist mit den Großkonzernen und den Banken, ist, dass sie dem Staat sozusagen alle negativen Dinge übergeben haben und gesagt haben, wir haben damit nichts zu tun, wir sind raus. Natürlich hatten sie was damit zu tun, weil sie die ganzen Probleme über die ganzen Jahre aufgebaut hatten, aber sie hatten jetzt die Möglichkeit, alle Probleme an den Staat abzugeben, an die Politik und zu sagen, so, das ist jetzt euer Ding, euer Lockdown, ihr habt die Entscheidungen getroffen, jetzt müsst ihr damit umgehen. Und das ist das, was Politiker gerade tun und es wird spannend zu sehen, wie sie das über die nächsten Wahlen bringen werden, weil das, was sie gerade tun mit ihren massiven sogenannten Rettungspaketen, ist im Namen des Volkes Kredite aufzunehmen, die sie dann dem Volk wieder zur Verfügung stellen, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Das heißt, der Staat sagt zum Bürger, ich leih mir in deinem Namen Geld von der Bank und wenn du dieses Geld dann haben willst, das eigentlich deines ist, dann musst du aber dieses oder jenes machen. Du darfst kein Benzinauto mehr fahren, du darfst das nicht machen, du darfst jenes nicht machen. Es ist einfach eine unfassliche, naja, wie sagt man es, Verarschung der Bürger, die hier stattfindet und die natürlich schon rein mathematisch nicht aufgehen kann. Das heißt, das, was wir hier erleben, ist der Anfang einer deutlichen Inflation, wahrscheinlich eine Hyperinflation und daraus folgend unter Umständen einer Währungsreform in den nächsten zwei, drei Jahren. Okay, es gibt ja noch einen anderen Aspekt zu der ganzen Geschichte, nämlich, wenn man davon ausgeht, es gibt Kräfte im Hintergrund des Weltgeschehens, die einen Plan haben, nennen wir eine neue Weltordnung, dann hat er ja ein klares, sagen wir mal ein Gesicht, das Gesicht oder das, diese Weltordnung zeichnet sich dadurch aus, dass es eben einen bargeldosen Zahlungsverkehr gibt, dass wir eine Weltregierung haben, wenn möglich eine globale Überwachung, es sind so Mikrochips, im Endeffekt werden jetzt nicht nur wirtschaftliche Themen gelöst werden können, sondern ein ganz anderer Aspekt durch die Krise. Wir bekommen Zwangsmaßnahmen vorgegeben. Du hast viel dazu beschrieben im Buch. Fängt bei Impfungen an. Wie gesagt, es gab eine Menge, es waren eine Menge Veränderungen, die anstanden und die Frage war eben, wie bringe ich die Menschen dazu, dass sie diese Veränderungen freiwillig mittragen. Und es gab natürlich auch seit vielen Jahren Bestrebungen einzelner Gruppierungen, die diese Frage mit dem vermeintlichen Umweltthema verknüpft haben, die dahingehend lauteten, wir sind zu viele auf Erden und wir verbrauchen zu viele Ressourcen und wir machen zu viel Müll und wir müssen dafür sorgen, dass wir weniger werden. Und diese Frage wurde jetzt natürlich in dieser sogenannten Corona-Krise wieder aktuell und das Spannende wird sein, wie sie es schaffen wollen, tatsächlich die Weltbevölkerung zu reduzieren und das Ganze einem Virus in die Schuhe zu schieben. Es gibt da ja gute Erfahrungswerte mit Impfprogrammen von Herrn Gates in Afrika und Indien, viele anhängige Gerichtsverfahren, wo Menschen gegen seine Foundation geklagt haben, weil die Impfungen nicht das gebracht haben, was er versprochen hat, sondern etwas komplett anderes. und es ist die Frage, ob die Menschen im Westen sich jetzt zu Milliarden werden impfen lassen gegen gegen ein vermeintliches Coronavirus, gegen das es keine Impfung geben kann, wie jeder halbwegs vernünftige Arzt weiß. weiß. Ich bin gespannt, wie, das war ja auch einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich den Menschen einfach Informationen darüber an die Hand geben wollte, zu sagen, Leute, es kann keine Impfung gegen dieses Virus geben, wir wissen schon aus vielerlei Gründen, aber einer der wichtigsten ist, dass dieses Virus so schnell mutiert, dass wir bereits vor einem Monat über 198 neue Strains hatten, also unterschiedliche Mutationen. Wenn man die Bevölkerung gegen dieses neue SARS-CoV-2 Virus impfen wollte, würde das bedeuten, dass man sie gegen alle 198 Strains impfen müsste, das heißt, man müsste jeden 198 Impfungen geben, womit jedes Mal Quecksilber und Aluminium und anderes Zeug mitbekommt, was extrem schädlich ist. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand gibt, der 198 Impfungen überleben könnte, vielleicht wäre aber das ja genau das, was gewollt ist, unter Umständen, aber selbst wenn wir das täten, würde es zu dem Zeitpunkt, wo der Impfstoff verfügbar ist, was in der Regel im Schnitt zwei Jahre dauert, ja bereits wieder hunderte neue Strains geben, das heißt, eine Impfung ist rein praktisch und einfach gar nicht machbar. Dass es trotzdem gemacht werden soll und dass dafür hunderte Milliarden gerade eingesammelt werden, sollte jeden zu denken geben und es ist klar, wohin das Geld fließt und es ist auch klar und nachvollziehbar, was damit passiert. Also ich meine auch das mit dem Zwangsimpfen, es kann natürlich sein, wie bei der Masernimpfung, dass die Regierung vorgibt, ihr müsst geimpft werden, aber allein jetzt schon ist es ja so, dass die, ich sehe es bei den Kindern im Kindergarten oder in der Schule, die Schule sagt, dein Kind kommt nicht in die Schule, wenn es nicht geimpft ist, es muss sich der Staat vorgeben, sondern der private Träger eines Kindergartens zum Beispiel sagt, oder die Eltern sagen, was, dein Kind ist nicht geimpft, das spielt nicht mit meinen Kindern und das ist eben so ein Effekt, das sehen wir ja schon in den Supermärkten heute, wo es heißt, zahl nicht mit Bargeld, wir wollen kein Bargeld mehr, weil da könnte ja ein Virus dran sein, das heißt, es die sind völlig hirngewurschtet, das ist der Wahnsinn. Was ich davon ausgehe, was kommen wird, und das gibt es ja auch Journalisten, die sagen einmal, wir brauchen eine Weltregierung, das Problem ist ja so groß, das können wir als einzelne Staaten, als Nationen gar nicht stemmen, wir brauchen was übergreifendes, was überdeckendes, das uns hier vorgibt, was zu tun ist, aber dazu braucht es eben einen anderen Effekt, noch nehmen den Mikrochip, und es wird ja, wie du selber im Buch geschrieben hast, in Bangladesch schon Neugeborene damit injiziert, du hast aber bei unserem Vorgespräch von einem Tattoo gesprochen, von Bill Gates entwickelt, was hat es damit auf sich, muss es überhaupt ein Chip sein, oder gibt es nicht schon was besseres in Anführungsstrichen? Es gibt verschiedenste Varianten, die in den letzten Jahren entwickelt wurden, um Menschen sozusagen zu chippen, das ist nicht mehr wie früher ein metallischer Chip sein, der unter die Haut gepflanzt wird, es gibt da effizientere Methoden heutzutage über unsichtbare Tattoos, die den Menschen aufgetragen oder unter die Haut aufgetragen werden, die Frage ist, ob sie es wissen oder nicht, und diese Tattoos sind wie ein Barcode lesbar aus der Distanz, ich glaube über Infrarotlicht, für diejenigen die das wollen, es gibt aber auch die Möglichkeiten seit einigen Jahren mittels solcher Dinge, die unter die Haut gepflanzt werden, Sensoren mit einzubauen, die das Gefühlsleben von Menschen oder die Emotionen steuern können, das heißt man kann Gefühle unterdrücken oder Gefühle erzeugen mittels dieser Wellentechnik, mittels dieser Tattoos oder Chips also das ist eines der Dinge die Bill Gates im Moment vorantreibt und die er vorhat in die er viel Geld investiert hat das sind diese unsichtbaren Tattoos gleichzeitig will er Impfungen ich nehme an dass all das am Ende in einigen Monaten oder im nächsten Jahr wenn das Ganze fertig entwickelt ist ein Ding sein wird er wird den Menschen etwas einpflanzen mit dem sie gesteuert werden können und ich gehe davon aus wie du es gerade gesagt hast dass es viele Menschen geben wird die das auch noch freiwillig haben wollen weil sie glauben dass es zu ihrem besten ist das ist insofern bemerkenswert als bislang keines dieser Dinge jemals zu ihrem besten war aber die hoffnung scheint hier zuletzt zu sterben die angst maschinerie hat zu dermaßen gut funktioniert dass menschen jeglichen verstand und jegliches logisches denken verloren haben wenn man sich die nachrichten anguckt in der letzten zeit wo ein experte sagt masken tragen ist toll der andere sagt ihr müsst euch die hände desinfizieren der andere sagt nee hände desinfizieren ist schlecht weil das tötet das immunsystem jeder von diesen sogenannten wissenschaftlern erzählt was komplett anderes und die menschen hören trotzdem weiter drauf und je apokalyptischer die aussagen der wissenschaftler je katastrophaler je dystopischer ihre modelle und vorhersagen sind desto mehr scheinen Menschen darauf anzuspringen weil sie es offenbar gewohnt sind in dieses angstfeld hinein zu gehen und in dieser angst maschinerie zu leben ja es dürfte spannend werden für diejenigen die darauf nicht anspringen und die weiterhin ihre verfassungsmäßig garantierten Freiheitsrechte behalten wollen und darauf bestehen werden sich gegen eine breite Masse von gesteuerten Schafen durchzusetzen und das dürfte der Grundstein für einige Auseinandersetzungen in der nächsten Zeit sein so ich das sehe die wir ja auch schon in den USA im Moment erleben es gibt viele Leute sagen ich will oder werde keinen Chip annehmen ich werde mich auch nicht impfen lassen wie gesagt es wird so sein es wird nicht unbedingt die Regierung sein die sagt du musst jetzt geimpft sein oder den Chip haben müssen aber wenn du in Flieger steigst und die Fluggesellschaft sagt du kommst hier nur rein wenn du ein Impfpass hast oder das Tato oder den Chip dann kann sie nicht fliegen deswegen wird das ein Punkt sein der Erpressung das wird ein sehr spannender Punkt sein insofern als die Frage ist ob irgendeine Airline nächstes Jahr wirtschaftlich überhaupt noch überlebensfähig sein wird das heißt die Frage wird sein kann die Airline mir vorschreiben was ich zu machen habe wenn ich der einzige Kulle bin der noch bereit ist zu zahlen und zu wirtschaftlichen Bedürfnissen auf der einen Seite von Unternehmen kommen die Hände ringend nach Kunden suchen und auf der anderen Seite wollen sie mir etwas vorschreiben das ist das gleiche was ich vorhin gesagt habe mit den Krediten der Staat nimmt in meinem Namen Kredit auf und gibt mir dann bestimmte Bedingungen vor damit ich genügend Menschen ihr Spiel mitspielen weil wenn sie das nicht tun dann werden die Airlines pleite sein und dann wird es sie nicht mehr geben und es wird andere geben die das Spiel nicht mitspielen und die Menschen ganz normal werden fliegen lassen das liegt glaube ich immer noch ziemlich in den Händen der Menschen und der Verbraucher zu entscheiden wie viel lasse ich mir gefallen Na gut im Buch hast ja noch einige Tipps gegeben was man tun kann oder nicht tun kann und vielleicht gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit noch Einfluss drauf zu nehmen dass es nicht ganz so schlimm kommt wie das was mir vorausgesagt wurde von Börsenleuten oder auch diesen in dem Fall Milliardären die davon ausgehen dass wir im Endeffekt in zwei Jahren wahrscheinlich gar kein Euro mehr haben werden und dass wir ich sehe halt ein Problem auch darin bei den ganz einfachen Menschen nicht nur bei mittelstädtischen Betrieben die dann irgendwann zumachen können oder Restaurants die sie nicht halten können sondern einfach Leute auch Freunde aus dem Bekanntenkreis die sich Häusler gebaut haben eine Wohnung gekauft haben die finanziert haben so jetzt werden die vielleicht in Kurzarbeit geschickt oder entlassen weil ein großer Autokonzern sich nicht halten kann die ganzen Haus geschmissen das hatten wir bei der Lehmann Pleite USA auch dann diese Zeltstätte wo die Leute draußen hocken und die Frage ist werden die sich das gefallen lassen ja ich meine werden die wie soll das weitergehen werden wir Zustände bekommen wie bei den Riots jetzt in den USA was kommt da auf uns zu also auch menschlich in den Dörfern in den Städten also ich gehe davon aus Politik im Westen im Moment macht ist die Währungen an die Wand zu fahren mit Ansage also es scheint auch deren Intention zu sein im Falle des Euro wäre das ja nicht das verkehrteste also vor allem für die schwachen Länder wie Italien Griechenland Spanien wäre es hilfreich wenn sie wieder eine andere Währung bekämen das Problem ist wir haben im Moment Kämpfe an so vielen Fronten wir haben so viele offene Baustellen was die Währung angeht was Erdöl erneuert oder die traditionellen Energien und neue Energien angeht wir haben dieses Spannungsfeld zwischen den BRICS-Staaten und den USA wir haben die USA die dabei sind ihre Weltdominanz zu verlieren Kino und Russland die stärker werden ich gehe davon aus dass es zu vielen Verwerfungen kommen wird wie man das so schön sagt neudeutsch und dass dabei viele Menschen drauf zahlen werden das genau der Punkt Firmen wie Amazon die ist gerade durch die Decke gehen die durften verkaufen aber kleine Geschäfte mussten zumachen es gibt ein paar ganz klare Profiteure bei der ganzen Geschichte jetzt aber ja und der Mittelstand wird fertig gemacht die können nicht dürfen nicht arbeiten es gibt ja hier in USA war es das Beispiel mit einer Dame die jetzt auch vor Gericht ging die sagt warum darf ich mein Geschäft nicht aufmachen aber nebendran der Walmart da dürfen die Leute einkaufen aber ich darf meine Klamotten nicht verkaufen wie kann das gehen ich meine ja das ist überhaupt so ein Freund von mir ist ein großer Bau Unternehmer der Vollgas gegeben hat die letzten drei Monate der sagt auf dem Bau da hat erstens keiner überhaupt eine Maske oder irgendwas getragen und auch die Sicherheitsbestimmungen nicht eingehalten da ist überhaupt keiner krank geworden die haben Vollgas durch gearbeitet und der Rest war in Quarantäne das ist allein das schon mal ein Witz und das nächste ist dass unsere Bundespolitiker das haben wir auch in anderen Ländern ob das Van der Bellen in Österreich war oder in Polen Politiker oder in USA da kommen vielleicht drauf zurück die einfach nicht sich an die Bestimmungen halten das ist ein Schlag ins Gesicht des Bürgers der sich daran hält der Strafe bekommt wenn er auf der Parkbank mit dem mit dem Hund ausgeht ohne Maske andererseits aber im Bundestag die Leute in der Kantine nebeneinander sitzen ohne Maske den Sicherheitsanstand nicht einhalten und das kommt dann eben heraus übers Internet weil eben noch nicht alles zensiert ist und die Leute werden richtig böse also ich möchte es nicht wiedergeben was die Leute so sagen auf der Straße aber da ist ein gewisser Unmut vorhanden Ja aber sie werden noch nicht böse genug offensichtlich weil wenn man sich ansieht was da in den letzten Wochen passiert ist was da raus gekommen ist was du ansprichst in England waren es zum Beispiel Neil Ferguson und Dominic Cummings die zwei die verantwortlich waren für den Lockdown und die sehr rigorosen Maßnahmen in England die mehrfach dabei erwischt wurden wie sie die eigenen Regeln gebrochen haben und sich mit Menschen getroffen haben und obwohl die Frau angesteckt war ist Cummings mit ihr zu seinen Eltern gefahren es waren abstruse Geschichten wo genau diejenigen die offiziell die Menschen zu Hause eingesperrt haben diejenigen waren ihre eigenen Regeln nicht befolgt haben das ist alles da und ähnliches ist auch in Deutschland passiert und in den USA der Unmut der Menschen ist aber trotzdem offenbar noch nicht groß genug also die Angst überwiegt bei vielen nach wie vor zu sagen naja aber vielleicht die Fakten sprechen für sich wenn Menschen die Regeln aufstellen die ersten sind die Regeln brechen müsste die Bevölkerung aufwachen und ganz klar sagen da stimmt irgendwas massiv nicht wenn das Ding so gefährlich ist warum halten sich all die 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 sagen es ist so gefährlich nicht an die Regeln offensichtlich haben die keine Angst vor dem Ding also kann es nicht so gefährlich sein aber anscheinend bei den meisten Menschen überwiegt nach wie vor die Angst kommen wir kurz noch auf das Thema Bill Gates zu sprechen es sind einige Referenten die auf diesen Demos auftreten die im Internet aktiv sind die eben darüber berichten dass der seine Finger er muss sehr viele Finger haben aber vor allem die Rolle der Medien und auch das Internet finde ich sehr spannend es werden auch von Wissenschaftlern von Ärzten die dann ihre Stelle verlieren weil sie eben eine andere Meinung vertreten als das was im Mainstream kommt und dann kommen eben Zeitungen wie Spiegel und da hast du eben auch was dazu recherchiert wie das mit Bill Gates zusammenhängt Bill Gates hat in in den USA keine Universität kein Institut das nicht von Bill Gates finanziert wird es gibt weltweit kaum ein Institut das nicht von ihm finanziert wird und all diese Gelder die er zur Verfügung stellt mit unfasslich großen Summen sind immer zweckgebunden und wenn man das kann sich jeder anschauen man braucht nur auf die Webseite der Bill and Melinda Gates Foundation gehen und da steht drauf genau was diese Foundation fördert und wenn man sich anguckt in den letzten Monaten welche deutschen Medien von der Bill und Melinda Gates Foundation wie viele hunderttausende Euro bekommen haben zu welchem Zweck dann ist klar was hier passiert und das ist alles öffentlich und das kann jeder tun er braucht nur auf diese Seite gehen und sich das selber angucken aber das Interessante was Bill Gates gemacht hat ist dass er ja die gesamte akademische Welt mittels seiner Förderungen von Instituten von Forschungseinrichtungen von Universitäten seit Jahren beeinflusst und ihnen vorgibt was hinten bei ihren Forschungen rauskommen soll und das Spannende ist auch dass Menschen glauben dass Einrichtungen wie in Amerika das CDC oder in Deutschland das Robert-Koch-Institut freie unabhängige Organisationen sind was einfach nicht der Fall ist weil all diese Organisationen auf den ersten Blick zwar staatlich und unabhängig sind aber alle hintenherum etwas angedockt haben was von Bill Gates finanziert wird und was Bill Gates dient also im Fall des Robert-Koch-Institutes gibt es dann zum Beispiel die Robert-Koch-Stiftung und die gleichen Menschen die in diesen staatlichen Einrichtungen drin sitzen dann auch in dieser Stiftung drin das ist etwas was ich vorsichtig einen Interessenkonflikt nennen würde und wenn Herr Gates in der Lage ist diese Menschen über seine gezielten finanziellen Zuwendungen die Dinge tun zu lassen die ihm gefallen dann finde ich das äußerst bedenklich und ich finde es noch bedenklicher dass die westlichen Medien diese Dinge gezielt verschweigen und ignorieren auf der anderen Seite wenn sie von Bill Gates auch irgendwie regelmäßige Zuwendungen bekommen ist auch das wiederum nicht verwunderlich deswegen habe ich auch ein langes Kapitel in meinem Buch Herrn Gates und seine Machenschaften gewidmet interessantes jetzt und das würde ich gerne auch ganz kurz mal das Thema wechseln die Berichterstattung was im Moment in den USA passiert und ich habe heute morgen alle wieder Filme zugeschickt bekommen was in New York passiert wie Geschäfte eingeschlagen werden in Orlando randaliert wird Menschen zusammengeschlagen werden ein Busfahrer ein Truckfahrer aus dem Bus gezogen wird zu Brei geschlagen wird du kriegst in den deutschen Medien null nichts davon mit und da muss ja dann auch also ihr normaler Reporter wird sagen guck mal ich habe eine super Story ich habe hier heiße Aufnahmen das muss raus das müssen die Leute wissen das genau das Gegenteil findet statt hat das auch damit zu tun dass sie bezahlt sind eben nur ich glaube nicht dass es nur damit zu tun hat dass sie von bestimmten Leuten Zuwendungen bekommt das ist ein Teilaspekt wir haben in den USA eine extreme Spaltung in der Gesellschaft diese auch in Europa immer vermehrter gibt aber in den USA ist sie noch extremer alles was von jetzt im Fall der USA alles was von den Republikanern kommt wird von den Demokraten prinzipiell abgelehnt und für falsch befunden das heißt wenn Donald Trump irgendetwas sagt laufen alle Anhänger der Demokraten und demokratischen Politiker Sturm und Amok und machen genau das Gegenteil das ist das was wir jetzt im Lockdown erlebt hatten wo der Präsident dann zuerst gesagt hat der Lockdown ist zu hart wir sollten das wieder lockern wir müssen die Menschen auch wieder arbeiten lassen wir müssen die Wirtschaft ankurbeln die Gouverneure der demokratischen Staaten haben genau das Gegenteil getan und haben den Lockdown verlängert das heißt wir haben die Situation dass wir einen wir befinden uns in den USA im Wahlkampfjahr im November sollte wieder gewählt werden und es gibt es gibt es gibt eben bestimmte Kräfte die alles daran setzen um eine Wiederwahl Donald Trumps zu verhindern das heißt wir haben hier eine ziemlich komplexe Gemengelage wo wir eine Menge aufgestauter Wut haben auf der einen Seite bei den Minoritäten in den USA gerade in der Black Community die zum Teil berechtigt ist zum Teil auch etwas übertrieben wir haben gerade Menschen monatelang zu Hause eingesperrt und ihnen ihre Existenz genommen da hat sich eine Menge Frust aufgestaut und dieser Frust wird nun von den unterschiedlichen Gruppen gemäß ihrer politischen Ideologien instrumentalisiert und ausgelebt und dann gibt es eben die Kräfte im Hintergrund die das wieder versuchen zu kanalisieren die das bezahlen die das organisieren und wenn man das im Westen also namentlich in Europa noch lange so unter den Tisch kehren will dann geht man damit das Risiko ein dass ähnliches auch in Europa passiert und man nicht aus den Fehlern der USA lernen möchte Trump du denkst er wird wieder gewählt ich denke wenn er bis zum November noch da sein wird wenn er bis zur Wahl im November durch hält und es im November eine Wahl gibt hat er theoretisch gute Chancen ich gehe nicht davon aus dass Joe Biden sein Gegenspieler sein wird ich gehe davon aus dass man Joe Biden von Seiten der Demokraten nahelegen wird sich rechtzeitig zurückzuziehen und dass eine der zwei Damen im demokratischen Lager gegen Donald Trump antreten wird aus meiner Sicht sind die zwei jenigen die gegen Obama gegen Trump antreten könnten Hillary Clinton oder Michelle Obama vorletzte Frage wir haben uns darüber unterhalten dass diese Ausnahmeregeln die man eigentlich auch nach 9-11 eingerichtet hatte mit Scanner am Flugplatz Container Scanner an den Häfen Dinge wo man gesagt hat nach 9-11 wir müssen das und das machen um das Land in der Kontrolle zu bringen das wird aber nur auf eine bestimmte Dauer sein dann wir zurück gehen in den Normalzustand da hast du noch eine Menge drüber geschrieben im Buch vielleicht zwei Sätze dazu noch und das was eben jetzt auch auf uns noch zukommt das was nach 9-11 passierte war dass man auch kurz wir hatten auch nach 9-11 in den USA kurz den Ausnahmezustand wir hatten auch da einen kurzen Lockdown das waren auch da Flughäfen Universitäten Schulen für einige Tage geschlossen die Polizei hat bestimmte Rechte bekommen die Bürger anders zu überwachen oder auch und so weiter als unter dem Deckmantel den Terrorismus bekämpfen zu wollen es gab da draußen angeblich ganz viele Feinde die man jetzt irgendwie finden und einsperren musste und plötzlich war jeder verdächtig deswegen musste man auch plötzlich sich irgendwie halbnackt ausziehen am Flughafen und durch einen Nacktscanner gehen und alles mögliche über sich ergehen lassen und wer nicht schnell genug seine Schuhe ausgezogen hatte wurde angebrüllt vor allen Beteiligten erniedrigt all das wurde angekündigt zu Beginn als temporäre Maßnahmen bis wir den Zustand der Ordnung wieder im Land hergestellt haben und das ist etwas was es auch jetzt zu bedenken gibt dieser Zustand der Ordnung ist anscheinend nie wieder hergestellt worden weil diese temporären Maßnahmen nie zurückgenommen wurden die Menschen haben sich einfach daran gewöhnt dass sie wie Verbrecher behandelt werden Ja was kann der Einzelne tun gibt es Hoffnung dass uns jemand befreit das bezweifle ich sondern ich glaube wir müssen das selber machen jeder Einzelne für sich in seinem Umfeld wie schwarz siehst du es oder ist es noch hellgrauer rein theoretisch glaube ich ist noch relativ viel möglich die Frage ist eben nur ob Menschen bereit sind für ihre Freiheiten einzutreten ob sie bereit sind für ihre eigenen Freiheiten und die ihrer Kinder und ihrer Nachfahren ob sie bereit sind dafür einzustehen also die Frage ist wann ist die Grenze erlebt wo die Menschen sagen okay bis hierher und nicht weiter wann ist der Schmerzlevel hoch genug dass Menschen anfangen sich dagegen zu wehren dass man ihnen alles wegnimmt und sie bevormundet und das kann ich nicht vorhersagen ich hoffe nach wie vor dass wir diesen Level erreichen dass eine ausreichende Zahl von Menschen sagt okay bis hierher und nicht weiter aber wenn ich mich so umsehe dann ist das mehr das Prinzip Hoffnung als irgendetwas anderes ich danke dir für deine Auskunft das ist wir könnten ich glaube ja noch zwei Stunden ratschen was wir gestern Abend auch getan haben aber wo bei uns auf jeden Fall eine Meinung ist dass sehr viele Menschen in Angst verharren ich weiß das von Ärzten die sagen der Patient der kommt nicht mehr wegen seinen Beschwerden der hat jetzt psychische Probleme der hat Angst leidet unter Depressionen ich sehe selber im eigenen Leserkreis ich kriege eine Menge Leserpost und führe Gespräche und bei vielen herrscht eine Opferhaltung vor oh Gott was können wir tun kommt denn da jemand hilft uns zu niemand und ich meine es ist die falsche Haltung wir sollten in eine Täterhaltung gehen nämlich in die Tat gehen und nicht warten und verharren und bloß vorm Internet sitzen und gucken was der und jener geschrieben hat sondern einfach gucken was kann ich tun was kann ich friedlich tun auf einer Demonstration meine Meinung kundgeben was kann ich im privaten Kreis im Freundeskreis tun aber einfach tun und nicht verharren sondern etwas machen vielen Dank ich danke dir